Nidhityasana oder Nidhityasa heißt tiefe Meditation. Nidhi heißt tief, Dhyasa, da steckt auch Dhyana drin oder Dhyasana, das heißt Meditation. Nidhityasa, Nidhityasana heißt tiefe Meditation. Im Jnana-Yoga gibt es die vier Hauptschritte des Jnana-Yoga. Das erste heißt Shravana, hören. Du hörst dir die Wahrheiten an, die Lehren der Weisen der Heiligen an. Eventuell liest du auch oder du hörst ja jetzt gerade diesen Vortrag an. Das ist hören, Shravana. Nächster Teil ist Manana. Du denkst darüber nach, du überlegst, ist das logisch, stimmt es, was heißt das, was heißt es für mich, wie kann ich das verstehen? Manana. Und der dritte Teil ist dann Nidhityasa oder Nidhityasana. Das heißt, tiefe Meditation darüber. Das ist dann nicht mehr logisch, sondern bei Nidhityasana geht es um tiefe Meditation. Es gibt auch verschiedene Meditationstechniken, um das zu vergegenwärtigen. Zum Beispiel, du könntest fragen, wer bin ich? Du hörst erst an, wie diese Technik geht. Dann denkst du darüber nach. Und dann gibt es Meditationstechniken, wie du über Meditation, über wer bin ich, nachdenken kannst. Also Nidhityasa, die Meditation. Und der vierte Schritt ist dann Anubhava. Das heißt, die Verwirklichung. Anu heißt eigentlich Eins und Bhava heißt auch Gefühl. Anubhava heißt dann die gefühlsmäßige Verwirklichung der Einheit. Anubhava heißt eben die tiefe Überzeugung von Einheit. Zuerst also Shravana, hören, lesen. Zweite ist dann Manana, tief darüber nachdenken. Drittes ist dann Nidhityasa, Nidhityasana, tiefe Meditation. Und dann folgt Anubhava, die Verwirklichung. Heute also besonders Nidhityasana, Nidhityasa, tiefe Meditation im Jnana-Yoga. Und dann folgt Anubhava, die Verwirklichung, tiefe Meditation im Jnana-Yoga.